Hi, mein Name ist Eva Dreyer, ich arbeite beim Bonifatis Werk in Paderborn und bin Referentin für christliches Brauchtum. Dieses Jahr werde ich euch einen Online-Nikolaus-Kurs anbieten am 12. November von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, es gibt keine Teilnahmevoraussetzungen und ihr werdet alles erfahren rund um den Nikolaus und das Nikolaus-Spiel mit allen Altersstufen. Weitere Infos findet ihr hier.